Au, es geht ja schon los. Also, wir sind ja wieder bei. Jo. Dein Spaß. Also, wir nehmen eine Bitte an euch. Und zwar, wenn ihr witzige Weltideen oder Weltansätze habt, dann könnt ihr sie uns ja einfach sagen, indem ihr da unten in die Kommentare reinschreibt. Und uns abonniert, weil, wie ihr gesehen habt, es kann immer witzig sein oder es kann einfach nur eklig sein, was auch sehr eklig war. Und das Lustigste ist eigentlich nur unsere Dummheit, aber darüber könnt ihr auch nachdenken. Also, wie gesagt, falls ihr dumme Wetteinsätze, Wetteideen, was auch immer habt und mal gerne mitmachen wollt, wie wir schon von ein paar gehört haben, dass sie mitmachen wollen. Dann komm hier unten, unten, unten und oben abonnieren. Einfach unten das Video kommentieren und oben abonnieren. Und, also das war's, bye. Das war's, bye. Jo. Ja. Mach's aus.